Könnte Bitcoin auf 12.000 US-Dollar fallen? Endlich ist der Cardano-Hardfork durch und sehen wir bald Apecoin-Staking auf den unterschiedlichen Plattformen. Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche werden wir kurz über Nachrichten aus der Kryptowelt sprechen und dann gleich in die Bitcoin- und Ethereum-Welt eintauchen. Danach werden wir über Cardano sprechen, aber auch Solana, welches interessante Statements vom Solana Labs CEO gegeben hat und dann noch ganz kurz ein Blick zu Apecoin und der Staking-Welt. Springen wir aber wie gesagt erstmal in diese Nachrichtenwelt, denn Walt Disney, die Firma, hat ja in den letzten Wochen immer wieder angekündigt, dass sie im Web3 sowie auch im Metaverse-Bereich ausbauen möchten und deshalb entsprechend Leute angestellt hat. Jetzt gibt es eine neue Job-Description für einen spezifischen Anwalt, der sehr erfahren sein muss und sich mit neuen Technologien auskennen muss, spezifisch mit NFTs und Metaverse. Hier steht nämlich der offizielle Titel Principal Council Corporate Transactions Emerging Technologies and NFTs. Wir haben gesehen, dass Disney ein gewisses Commitment in den Web3-Bereich gegeben hat durch diese unterschiedlichen Positionen. Wichtig ist jetzt natürlich auch die rechtliche Seite, denn Disney sitzt auf ganz vielen unterschiedlichen Lizenzen, sei es im digitalen Bereich, aber auch im physischen Bereich. Man denke da nur mal an zum Beispiel das Disneyland als virtuelle Realität oder eben als Metaverse Experience. Ich vermute, dass Disneyland da noch weiter expandieren und weiter ausbauen wird und da war natürlich auch noch die Partnerschaft mit Polygon, um das Metaverse entsprechend skalierbar aufzubauen. Daher ganz, ganz spannende Sache, spannende Partnerschaften im Bereich Metaverse und NFTs. Sprechen wir noch ganz kurz über diese Headline, denn letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass der Terra Luna-Gründer Do Kwan ja eventuell auf der Flucht sei. Man sei sich da nicht ganz so sicher. Die südkoreanische Polizei hat damals noch die Interpol gebeten, eine sogenannte rote Ausschreibung, eine sogenannte Red Notice herauszugeben. Diese wurde nun gemäss diesem Bloomberg-Artikel erfüllt. Die Interpol habe diese Red Notice ausgeschrieben, so die südkoreanische Polizei. Do Kwan ist ja ursprünglich aus Südkorea, hat aber in den letzten Monaten kurz vor dem Crash die Firma Terra Labs sowie auch seinen eigenen Wohnsitz von Südkorea nach Singapur gelegt. Seitdem sagt aber die Singapurer Polizei, dass Do Kwan sich nicht in Singapur aufhalte. Es ist also nach wie vor ein spannender Krimi und der geht jetzt in eine nächste Runde. Übrigens interessant auf der Interpol-Seite, wenn man Kwan eingibt, also quasi den Familiennamen, scheint hier Do Kwan noch nicht auf der Red Notice-Liste zu sein. Von daher wird es natürlich interessant, denn Bloomberg sagt hier, dass weder die Interpol noch Do Kwan sich diesbezüglich zu Wort gemeldet haben bezüglich diesem Artikel und ob das nun entsprechend stimme. Wie gesagt, der Krimi geht in eine nächste Runde. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Dann müssen wir natürlich über Bitcoin sprechen. Bitcoin hat ein bisschen eine volatile und turbulente Zeit hinter sich. Die Frage ist, ist der Sturm schon vorüber? Goldman Sachs Strategist Sharon Bell sagt nein, vermutet sogar, dass Bitcoin noch auf die 12.000er zusteuern könnte. Jetzt hatten wir letzte Woche natürlich die Fed-Rate-Hike von 75 Basispunkten. Der Markt hat so ein bisschen etwas zwischen 50 und 100 erwartet. 100 wäre sehr schmerzhaft gewesen. 50 wäre sehr positiv gewesen. 75 hat ein bisschen mehr Unbehagen insofern ausgelöst, weil Jerome Powell ganz klar gesagt hat, gegen Ende des Jahres müssen wir noch strikter sein. Das heisst, wir rechnen ab jetzt mit 100 bis 150 Basispunkten. Auch die Strategien bei Goldman Sachs sagt durchaus, dass die Situation eben nicht gut aussehe. Ihre Meinung wird unter anderem auch von den CME Bitcoin Derivatives Tradern geteilt. Denn auch hier sehen wir vor allem die Short und Long Positionen, aber vor allem eben die Short Positionen sind in den letzten Tagen und Wochen entsprechend hochgegangen. Die Derivatives Trader sind dann nicht die einzigen, die das so sehen. Auch die Optionen Trader sehen das Ganze gleich. Denn hier sehen wir ganz klar eine gewisse Nachfrage nach Optionen auf etwa die 12.000 US Dollar für den Bitcoin Preis. Und das wiederum würde bedeuten, dass doch einige Trader ein sogenanntes Open Interest im Optionenbereich haben für die 12.000 US-Grenze. Jetzt interessant ist natürlich auch dieses Pattern hier, das umgekehrte Cup-and-Handle-Pattern, das hier von unterschiedlichen Tradern auch gezeichnet wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel aber in den Chart springen, sehen wir natürlich ähnlich wie die Trader, also wie die Optionen Trader, wie die Derivatives Trader, wie aber auch die Goldman Sachs-Strategien voraussagt, dass ich diese Zone schon vor einigen Wochen eingezeichnet habe. Für mich nach wie vor 12.8 bis 14.3 spannende, sehr sehr spannende Einkaufszone von rein von der technischen Seite. Ich glaube aber, dass wir, ich sag mal, solange die FED keine überraschenden Bewegungen machen, beziehungsweise solange der Krieg nicht noch weiter eskaliert, dass wir hier diesen Range Trade nach wie vor nehmen können. In den letzten Monaten haben wir immer wieder folgende Range Trades erlebt und ich glaube auch dieser Trade kann durchaus zumindest für einige Wochen noch sehr sehr profitabel sein. Springen wir weiter, schauen wir in die Ethereum-Welt. Dieser Tweet oder spezifisch dieser Paragraph von der SEC-Anklageschrift gegen Ian Barlina ist da ins Auge gestochen. Für den Kontext, Ian Barlina war ein Crypto-Influencer zwischen 2017 und 2018, hat einige ICOs promotet und somit natürlich auch die SEC auf den Schirm gerufen. Jetzt hat Ian Barlina spezifisch in diesem Fall folgendes getan. Er hat ein ICO promotet, er hat selber ein ICO rausgegeben. Die SEC hat nun eine Klage eingereicht und in dem Fall Ian Barlina gegen die SEC ist dieser Paragraph sehr sehr spannend. Steht hier, at that point their ETH contributions were validated by a network of nodes on the Ethereum blockchains. Also die Contributions, also die Einzahlung der ICO-Kunden war auf dem Ethereum-Netzwerk. Das ist mal der erste Satz. Und das Interessante ist hier, Ethereum blockchain, which are clustered more densely in the United States than in any other country. Also die Knotenpunkte, die das Ethereum-Netzwerk am Laufen halten, seien sehr sehr entsprechend, von diesen gäbe es sehr sehr viele in den USA und as a result those transactions took place in the United States. Also dieser markierte Artikel sagt essentiell, dass spezifisch die Transaktionen in der Ethereum blockchain grundsätzlich in den USA geschehen sind und somit natürlich dem USA regulatorischen Framework sowie auch dem rechtlichen System unterliegen würden. Jetzt hat die SEC bzw. es gibt immer wieder Gerüchte, dass ETH, die Währung der Ethereum blockchain, eine entsprechende Security sei. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt worden. Dieser Paragraph zeigt aber in eine andere Richtung, nämlich den Fakt, dass die Knotenpunkte eben am meisten in den USA verteilt sind, was nicht ganz stimmt. Wir sprechen etwa von 43 bis 45 Prozent aller Knotenpunkte weltweit. Also die Mehrheit ist es nicht. Aber es lassen doch einige in den USA und das wiederum würde bedeuten, dass die Ethereum-Transaktionen eben aus den USA stammen und dem USA-Gesetz unterliegen würden. Es ist noch nicht ganz entschieden, denn man munkelt auch, dass die SEC hier versucht zu phischen und zu versucht, entsprechend ETH als Security aus den USA zu betiteln, um natürlich da entsprechend einzukassieren. Dieser Fall ist ein sehr spannender Fall, aber eben wie gesagt meiner Meinung nach nicht aus der Perspektive von Ian Berline, sondern spezifisch wegen diesem Paragraphen. Ganz interessanter Titel auch hier ist Post-Merge Ethereum POS – A Threat to Bitcoins Dominance und dann hier Post-Merge ETH has become obsolete. Also zwei sich beiissende Headlines, wie man hier sieht. Auf der einen Seite wird über die Bitcoin-Dominanz gesprochen, welche eventuell in Gefahr ist, jetzt nachdem ETH auf Proof-of-Stake gewechselt hat. Und auf der anderen Seite ist das ETH nach dem Merge mehr oder weniger unnötig geworden. Jetzt sprechen die Artikel natürlich über unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite spricht man von der Bitcoin-Dominanz, dass sie tendenziell runtergeht, wenn der Altcoin-Markt am Boomen ist, beziehungsweise auch der Ethereum-Markt. Das ist momentan allerdings nicht der Fall, aber die Bitcoin-Dominanz ist immer noch auf der Kippe. Im zweiten Artikel spricht man hingegen von dem Fakt, dass Ethereum als zinsgenerierendes Asset gar nicht mehr so spannend ist, weil es eben die Liquid-Staking-Alternativen gibt. Liquid-Staking, da gibt es unterschiedliche Anbieter. Lido Finance ist da der Grösste mit knapp 31% aller ETH, die entsprechend im Ökosystem eingespeichert sind. Das funktioniert folgendermassen. Man zahlt seine Ethereum ein, sagen wir 1 Ethereum oder 2 Ethereum und kriegt dann 1 oder 2 Ethereum in Form von Staked ETH wieder heraus. Diese Staked ETH, die generieren einen Zins und die kann man dann natürlich auch weiterverwenden, zum Beispiel in der DeFi-Welt. Das heisst, Staked ETH ist grundsätzlich spannender als reguläres ETH. Reguläres ETH kann natürlich auch im Proof-of-Stake-Ökosystem genutzt werden, um entsprechend zu staken. Dafür braucht man 32 ETH und das Problem ist allerdings, dass wenn man die 32 ETH einmal eingezahlt hat, dass man die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr rausbekommt. Also die Staked ETH-Variante ist profitabler und vor allem flexibler und das könnte das klassische ETH eben in Gefahr stecken. Das heisst, entweder das Ethereum-Netzwerk wird darauf reagieren, vielleicht werden die Liquid-Staking-Provider noch tiefer integriert oder aber das Ethereum-Ökosystem passt da irgendetwas mit dem Release dieser 32 ETH für das Staking entsprechend noch an. Wichtig auch diese Headline «Massive Dumping by Ethereum Miners Punishes ETH». Sie sprechen spezifisch über diese Grafik hier, denn man geht davon aus, dass die Miner auf Ethereum einen grossen Betrag von ETH verkauft haben bzw. auf den Markt gespült haben sollen. Hier natürlich die Kurve, die wir sehen, die gegen unten zeigt, von den knapp 260.000 auf die 240.000 Ethereum, die von den Minern gehalten wird. Ich glaube aber, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite sicherlich auch die Unsicherheit bezüglich der Zukunft und des Preises von Ethereum, aber der viel wichtigere Grund meiner Meinung nach ist, dass die Miner nun den Hardfork übernommen haben, also dieses ETH POW in Form von Tokens erhalten haben und diese nun entsprechend wieder verkaufen können. Das heisst, jetzt ist es fast sicherer, dass sie ihre Ethereum verkaufen als vor einigen Monaten, als sie eben den Hardfork nicht hatten. Das bedeutet, dass natürlich der ETH POW nach wie vor sehr spannend sein könnte. Ich habe letzte Woche darüber berichtet, aber dass eben auch ein entsprechender Druck auf den Ethereum-Preis steigen könnte. Spannend für mich, nach wie vor auch ähnlich der Range Trade auf Bitcoin hier spezifisch mit Ethereum. Auch die Anpassung des Ethereum-Preises in Form eines Sturzes wäre meiner Meinung nach nicht so stark wie bei Bitcoin. Das heisst, hier sprechen wir zwischen 770 bis knapp 1077. Während man, wenn man sehr sehr pessimistisch ist, eher hier auf die Zone von 553 bis 717 geht. Das heisst, das wären ultra spannende Einkaufspositionen für die Langzeithalter von Ethereum, aber eben auch von Bitcoin. Sprechen wir aber noch kurz von Alternativen von Ethereum. Wir müssen natürlich über Cardano sprechen. Hier spannende Headline 4Gear Cardano Vasil Upgrade goes live. Das Vasil Upgrade, über das habe ich schon einige Wochen vor dem Sommer gesprochen. Da geht es vor allem darum, dass Cardano noch skalierbarer, noch sicherer und noch schneller sein sollte. Wir erinnern uns zurück, Cardano hat vor etwa neun bis zehn Monaten die Smart Contracts eingeführt auf der Plattform und nun ist Cardano in eine prekäre Situation gerutscht, bei welchem die Smart Contracts bzw. das Netzwerk die Smart Contracts nicht mehr unterstützen konnte. Das Vasil Upgrade soll hier nun Abhilfe schaffen und ist entsprechend live gegangen vor einigen Tagen, spezifisch hier am 22. September um 21.44 Uhr UTC-Zeit. Das bedeutet, Cardano ist jetzt sicherer, schneller und skalierbarer und idealerweise wird die Nachfrage nach neuen NFTs und entsprechenden DeFi-Applikationen im Cardano-Ökosystem gedeckt. Chartmässig scheint sich Cardano hier an diese knapp 43 US-Cent-Grenze zu halten. Sehr, sehr spannende Grenze für mich absolut. Das heisst, sobald diese bricht, und ich glaube sie wird eben brechen, vor allem wenn der Bitcoin-Preis noch mal korrigieren sollte, dann wird diese Zone von knapp 29 bis 37 Cent entsprechend spannend. Das heisst, was wir hier durchaus sehen ist, dass diese Support-Linie immer wieder angegriffen wird und wir wissen von der technischen Analyse, wenn die Support-Linie mehrmals angegriffen wird, dass sie entsprechend auch brechen kann. Und ich glaube durchaus, dass das ein realistisches Szenario auch in der Makroperspektive ist. Springen wir noch zu einem anderen Konkurrenten, müssen wir natürlich auch über Solana sprechen, denn Anatoly Jakovenko, der CEO von Solana Labs, hat hier an der Mesari Mainnet Conference folgendes Statement von sich gegeben. Er glaube, die NFT-Welt würde entsprechend eine neue Welt für die nächsten Disneys und Marvels aufmachen. Er sagt, dass momentan die NFTs den richtigen Hype, die richtige Innovation und die richtige Grundlage dafür haben, dass die nächsten ganz grossen Marken und Franchise-Sities sowie auch die Spielzeughersteller, die Filmeproduzenten allesamt auf NFTs aufbauen werden. Jetzt haben wir in den NFT-Bereichen natürlich ganz unterschiedliche Projekte gesehen, von den Affenbildern zu irgendwelchen Robotern und unterschiedlichen Zeichnungen. Ich glaube auch, die NFT-Welt ist eine sehr, sehr spannende und es zeigt so ein bisschen das Commitment von Solana, in den Bereich von Mainstream zu gehen. Vor einigen Wochen, auf dem Bild, hat ja Solana auch entsprechend das Solana-Phone angekündigt und ich glaube, dass das Ziel grundsätzlich eben ist, Solana in den Mainstream zu befördern. Denn nur so wird Solana wirklich das Visa der Kryptowelt sein, denn Stand heute ist es das eben noch nicht. Wichtige Updates hier auch aus dem Solana-Ökosystem spezifisch mit einer anderen Blockchain. Hier sprechen wir noch über Helium. Helium ist eine Art dezentralisiertes Mobilnetzwerk und die werden sehr wahrscheinlich in den kommenden Wochen bereits die Migration auf Solana starten. Es hat nämlich eine Governance Vote gegeben, die ist HIP 70 und 81,41% haben dafür gevotet, 18,59% dagegen. Wieso braucht es das? Ganz einfach. Helium setzt natürlich darauf, dass es sehr, sehr weit skalieren muss und sehr, sehr viele unterschiedliche kleine Transaktionen durchlaufen lassen muss. Das wiederum bedeutet, dass die Solana-Blockchain in Theorie natürlich die geeignete Blockchain dafür wäre, wenn Solana natürlich nicht selber mit den technischen Problemen kämpfen würde. Das heisst, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, ob Helium da entsprechend liefern kann bzw. ob das entsprechend Abhilfe schafft. Spannend hier auch der Chart, denn ich glaube, wie gesagt, wenn Solana weiterhin in den Mainstream investieren sollte, könnte es als Projekt durchaus sehr, sehr spannend sein. Wir haben letztes Jahr natürlich den Solana Summer erlebt. Die Frage ist, wird sich so etwas noch mal wiederholen oder wird sich Solana mittlerweile langsam etablieren. Momentane Zone wird ähnlich wie bei Cardano hier bei knapp 30 US-Dollar noch verteidigt. Sollte das brechen, wäre die nächste spannende Zone um die 21,54. Und dann zum Schluss noch über ApeCoin. ApeCoin ist ja der Coin des NFT-Projektes Bored Ape Yacht Club bzw. von Yuga Labs. Da ist ganz spannend momentan, dass Horizon Labs daran arbeitet, dass man ApeCoin staken kann. Jetzt wurde ApeCoin von Anfang an mit der Idee released, dass man ApeCoin vielleicht zusammen sogar mit dem NFT staken kann und somit entsprechend Prozente abbekommt. Wie das Ganze dann schlussendlich funktionieren wird, das bleibt noch aus. Aber Fakt ist, Horizon Labs hat bereits einen Teaser promotet, bei welchem sie zeigen, dass dieses ApeCoin Staking realistisch sein könnte. Das hat dann dazu geführt, dass ApeCoin in den letzten Wochen immer wieder sehr stark gestiegen ist, unter anderem auch vor einigen Tagen zweistellige Prozentbeträge, die da entsprechend gestiegen sind. Für mich nach wie vor mittel- und langfristig interessantes Investment, kurzfristig sehr, sehr volatil, da eben auch die ganze Sache an die NFT-Welt gekoppelt ist, welche momentan auch durch einen Bärenmarkt durchgeht. Das war es von der heutigen Folge. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto- und Web3-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.